es gibt drei stockwerke wir kümmern sich um was bevor wir den letzten schneemann töten warnung aussprechen ich gehe dann ich verlasse das haus ja lasst am besten einen zur sicherheit übrig oder was ich habe jetzt wieder die karte offen ich gehe erst in den keller und dann nach oben ich habe jetzt die karte die karte die Ich bin hier. Wer hier ist, muss die Ghost mit einem Kurs von Tod. Investigate es, aber be careful. Wir wissen nicht, was es ist, oder? Ich bin hier. Sollen wir den hier draußen in Ruhe lassen? Da oben, auf dem Dach. Ja, den können wir jetzt zum Schluss machen. Am einfachsten dann, oder? Hey, ich habe einen draußen in Ruhe gelassen. Den kann man zum Schluss machen, dann kann nichts passieren. Sind die beiden noch nicht da? Ich gehe mal in den Basement. Weil ich noch einen Clip mache. Achso, du machst noch einen Clip. Ja, den muss ich mir dann auch noch einmal angucken. Ähm, hier im Wohnzimmer steht wieder die Musikbox. Keine Macht des Musikboxes. Ich wollte es nur sagen. Okay, das ist's. Ich habe mich auf der Karte Fertig. Letz personieren. Um, jetzt geht es um die beiden. Um, jetzt geht es mal so. Ich freue mich auf die beiden. Um, dann geht es um dieses Café. Ich kann es nicht so gut. Um, jetzt geht es um die beiden. Um, jetzt geht es um und auf dem Karte. Im Keller sind alle Schneemänner tot. Ich habe hier Knochen gefunden. Ich bin gerade im Van. Ich bin gerade im Van, ja. Sanity ist bei Sven bei 84. Bei Klaus 98. Bei Dark 93. Und wie viele Schneemänner haben wir? 29, es fehlen also 9. Jetzt sind es noch 8. Heißt 7 Stück müssen im Haus. Bis zum nächsten Mal. Bisschen. Das ist mit den Stadeln. Was war das? Hier ist es kälter. Hier ist es kalt. 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 Hier beruht den Belegungssensor. Hier ist es kalt. Hat jemand schon die Knochen hier in diesem Raum fotografiert? Hier ist es kalt. Hier ist es kalt. Hier ist es kalt. Ja, der ist kalt. Ja, der ist kalt. Hier ist es kalt. Hier ist es kalt. Hier ist es kalt. Hier ist kalt. Hier ist es kalt. Hier ist es kalt. Hier ist es kalt. Hier ist 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 kalt. Aktivität 3 Dark, du bist unter 50% Dark, Sanity nehmen Chaos bei 58 und Sven bei 78 Steht auf 81 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 Sprich mit mir, schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Ich sehe keine Gäse. Oh. 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 Was ist das? hab den schneemann oben geht raus ich sterbe jetzt wieso gut nämlich sanity kopfkamera damit ihr euren spaß habt denkst du wirklich ich bin so schnell da graus hinter natur jetzt geh raus santa claus is coming for you was haben wir jetzt noch gehabt ja das haben wir jetzt gehabt das kann ich noch gefriertemperatur nummer ja dort sind ultraviolett ne das andere hatten wir noch nicht ja 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 naja da gibt Torey! 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 Alter, da geht keiner mehr rein! Torey, wo bist du? Torey? Torey, bist du da? Torey, wo bist du? Vielleicht irgendwo mal ein Orp hier zu finden. Dori ist tot, ne? Ich auch. Scheiße, wa? Warum bist du nochmal reingegangen? Oh, wir haben gar keine Temperaturen. Oh, scheiße, wir sterben jetzt. Ich war mit Kloch drin. Ja, aber du hattest schon vorher 30%. Du hast mal mit zu assistieren. Ich geh rein, ja. Ja, gucken wir mal, ob du eine Gefriertemperatur noch kriegst, vielleicht. Das haben wir nämlich noch nicht nachgeschaut. Dark wird sterben, ne? Das kann keine Gefrier sein. Also, der Geist hat auch oben im Dings gemacht, äh, im Bad, äh, die Nusche. Das kann kein Gefrier sein. Die haben Ultraviolett und Dots. Fuck! Das ist nicht cool. Ich sag, ich sag Phantom. War wohl nix. Das hätte ich mir auch denken können. Vor allem, Temperatur kann gar nicht sein. Ja, ich hab 1,1 Grad gehabt. Naja, aber wir hatten schon zwei Sachen und auf Temperatur reagiert keiner mehr. Ja, da wollte mir der, da hat mir der Schneemann wohl die Zuckerstange gegeben. Hm. Hehehehe. So schön rektal. Hehehe. Aua. Ja, aber jetzt seh ich wahrscheinlich aus wie ein Spanpferk. Hehehehe. Ich tipp einfach mal auf Geisterbox. Ich würd sagen, Phantom. Ja, genau. Das ist meine Meinung, denk ich auch. Ich mach Phantom. Also, ich schau ab hier. Bye. Ihr guten Weihnachts, Geister. Ho, 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 ho. Es ist ein Goyo. Scheiße. Ein Goyo. Okay. Scheiße. Was? 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 Wieso ein Goyo? Ja, ja. Passt schon. Passt schon. Denn ein Goyo braucht er nur. Braucht denn Goyo denn nochmal? EMF 5, aber das ist nicht, das ist nicht einmal ausgeschlagen. Hm, muss nichts heißen. Scheiße, soll ich nicht EMF mitnehmen, sondern statt die Kamera das nicht gebracht hat, weil der genau in dem Moment die Spawn ist. Ja, da ist die. Ja, aber mich hat er ja gejagt. Meistens, wenn er jagt, sieht man es erst recht. Ah ja. Du, du, ich schossen. Okay, ich auch nicht. Gut. Was für das ist das Ziel, oder? Als nächstes... Sven, hast du noch den Clip geguckt? Ich hab da gerade gepostet bei dir. Hm. Ne, nein. Ach stimmt, das wollte ich auch noch machen. Was, oder hast du noch nicht? Nee, noch nicht. Und du an der Chemist noch aus. Ah ja. Sorry. So. Da, 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 da. Dein Gesichtsausdruck ist jetzt stumm, aber macht schon alles. Aber ich weiß noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020